und der weiße guck mal guck mal guck mal jetzt das ist der richtige monstertrack ja der trans riesengroße reifen der ist dekoration vergesst es nicht da muss auch irgendwas guck mal jetzt fährt der weiße da drüber werden in den haufen da über den autohaufen in der mitte die sehen so lustig aus so unproportional guck jetzt wird er drüber jetzt 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 aufgepasst der fährt da ganz geschmeidig drüber schaut mal her der hat schon eine busy ps der schafft das brauchen wir sie anlauf achtung mal die jetzt von er die platt gemacht hat man steht da oben drauf das ist von lightning mcqueen dieses guck mal hier das ist ein monster truck seine freunde sozusagen wieder drüber fährt das ist ein alter chef rolle ja genau die sehen so hässlich und unproblem